ja hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren let's play micah ja eben nicht wahrscheinlich schon heute noch ja weil dann kann ich noch nicht der kommentare eingehen ja warten wir jetzt einfach mal auf zombies oder so ja ich brauche dringend ideen weil ja so kann es eigentlich nicht weitergehen weil ja man muss schon etwas haben wo man ja ein bisschen beschäftigt ist dann ja wie man nur bauen das ja sicher auch langweilig für euch also ihr wollt nur bauen sehen aber glaube ich eher nicht ja das letzte mal habe ich ja die zombies ja friedlich bestellt keine Ahnung warum ist dass ich das noch gezahnt hatte ja ja ich glaube einmal dass wir nicht von Zombies belästigen ja so belästigt werden während der Bauphase glaube ich ja aber jetzt ist es wieder an also ja so wenn das mal kommen sollst du die Nacht ich dachte ich dachte es wäre ein Lieber in meinem Haus ja 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 du bist bei mir immer noch nicht da ja stumm geschadet tut mir leid ich muss sie muss das schnell beenden kommt dann nachher wieder ja so das war jetzt mein Kollege keine Ahnung warum jetzt das nicht gegangen ist mit dem Spunschalten ja also ja die ja wohl sind auch schon bei einem anderen Wetter schon und ausgedrückt habe ich glaube ich immer noch nicht wieder ja schwindig schwindig das kann ich machen ja ich mach mal und springen so ein Stückchen ein wenig hoch so ja mal ja ja also ich warte dann immer noch auf Kommentare von euch bitte schreibt etwas hinein weil ja sonst ist mir langweilig da könnt ihr entscheiden was ihr wollt und springen oder keine Ahnung was ja ja ich nehme zu 99% auf ein Kommentar entgegen was ich machen soll weil ich glaube ich habe echt keine Idee mehr ja sollte ich ne das wird noch lange dauern bis es nack wird dann machen wir hier doch ein bisschen und springen und springen und jetzt darf ich wieder nichts mehr ja doppelt das Call cover mit mir da in der Wolle so ja keine Shuffle war keine Schülpfe eigentlich aber ja kann auch mal ein bisschen länger Ja, dann machen wir ein bisschen Tonspringen mit wahrscheinlich F5, das wird nicht. Geht mir deine Wolle, nicht wird jetzt das hier runter, ne. Ha, wäre jetzt lustig gewesen. So, ja, mit F5 wird es, glaube ich, besser oder so. Hallo, ja, vielleicht mal eine Aschbombe, wenn man, ja, so. La, la, la. Ne, von vorne. So. Ach, es wird Nacht, Leute. Und ihr wisst, was das heißt, wieder pennen gehen. Ne, das mache ich jetzt sicher nicht mehr. Ja, aber auch Action. Ja, wie lange nehmen wir hier schon auf? Ja, 6 Minuten ist wieder sehr blöd. Ja, weil, wird es gerade Nacht. Komm, ich mache heute 8 Minuten oder so. Doch, vielleicht gibt es heute 2 Folgen. Eine Folge ist schon hochgeladen. Let's Play Minecraft Folge 8. Und das Ganze heute noch die 9. Folge werden. Denk ich einmal. Ja, könnte es schon noch werden, aber ich weiß es nicht. Weil, let's play together, kommt es auch noch wahrscheinlich heute. Wieder mal sehr viel. Ja, so jetzt. Ja, ich weiß es nicht. Bis wieder mal. Warte, war für eine Zeit. Ja, 7 Minuten. Leute, ich weiß es jetzt echt nicht. Ja, weil sonst dauert das wieder so lange zum Aufladen. Ja, Leute. Tut mir leid, aber ich muss jetzt Schluss machen. Ja, also bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft.